Liebe Freundinnen und Freunde des Friedens, Jutta hat es richtig gesagt, ich bin Teil der Generation Klima. Ich bin 1996 geboren, ich habe den Kalten Krieg nicht erlebt. Ich habe gar keinen Krieg erlebt, keinerlei gewaltvolle Konflikte mitbekommen und das ist gut so. Mit den derzeitigen Haushaltsvorschlägen setzt unsere Regierung erneut die falschen Prioritäten. Erwartet unsere Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer denn wirklich, dass ein Säbelrasseln zu mehr Frieden, zu weniger Gewalt führt? Aus Sicht meiner Generation ist es nicht nachvollziehbar, dass für Verteidigung und Sicherheitspolitik jährlich mehr und mehr Geld zur Verfügung stehen soll. Wird das jetzt jedes Jahr so sein? Wird das jedes Jahr so gehen, bis wir das willkürliche Ziel von 2% des BIP erreicht haben? 2018 begann der Klimastreik von Fridays for Future. Viele jungen Menschen haben Freitag für Freitag, Tag für Tag für ambitionierte Klimamaßnahmen demonstriert. 2019 waren es Millionen junger Menschen weltweit. Die Anliegen von jungen Menschen, unsere Anliegen müssen gehört werden. Für uns ist es völlig unverständlich, welche Themen von der Bundesregierung priorisiert werden. Für welche Themen der Staat richtig viel Geld in die Hand nimmt. Wir stehen hier heute nicht nur, weil wir eine Entspannungspolitik fordern. Wir stehen auch hier, weil die Mehrausgaben für Auf- und Hochrüstung nur die Spitze des Eisbergs sind und die Rückwärtsgewandtheit unserer Politik manifestiert. Frieden und Sicherheit werden nicht durch bewaffnete Drohnen und andere militärische Anschaffungen erreicht. Stattdessen sollten unsere Politiker, unsere Politikerinnen, die Probleme unserer Zeit an den Wurzeln packen. Wenn die Folgen des Klimawandels spürbarer werden, so werden sich humanitäre Krisen verschärfen und die Frage des Miteinanders stellt sich. Möchten wir unsere geografischen Grenzen bis aufs Blut verteidigen? Oder sorgen wir jetzt für globale Klimagerechtigkeit? Die Investition in Klima führt zu Frieden, weil die Klimakrise und die Verknappung von natürlichen Ressourcen zu bewaffneten Konflikten führt. Wir müssen die Ursachen von Konflikt und Krieg angehen. Zum Beispiel durch die Prävention von Naturkatastrophen. Umweltschutz bedeutet Friedenswahrung. Die globale Umweltbewegung hat viele Menschen aufgerüttelt und uns daran erinnert, dass wir für globale Klimagerechtigkeit kämpfen sollen, kämpfen müssen. Wo ist unsere Solidarität mit den Opfern von Gewalt, Krieg und Naturkatastrophen? Internationale Solidarität bedeutet, würdige Lebensbedingungen weltweit zu fördern, statt den Grenzschutz zu stärken und passiv zuzusehen, wie Menschen auf der Flucht im Mittelmeer ertrinken. Der Umgang von europäischen Politikerinnen in Sachen Migration und Flucht ist ein humanitärer Skandal. Auch innenpolitisch ist der Handlungsbedarf groß. Das Problem ist immer das Geld. Seit Jahren prangern junge Menschen die Bedingungen auf dem Land, im ländlichen Rollen an. Sei es in Fragen der Digitalisierung, in Fragen der Bildung, Stichwort Lehrkräftemangel, oder in Fragen der Anbindung durch den öffentlichen Personenverkehr, Stichwort ein Bus pro Tag. Für all diese Probleme ist eine Sache entscheidend. Es fehlt an Geld, es fehlt an öffentlichen Mitteln. Ich bin das jüngste Mitglied der Zukunftskommission Landwirtschaft. Und auch da wird deutlich, wir könnten so viel tun, wir könnten so viel im Bereich Umwelt- und Naturschutz tun, wenn nur das Geld da wäre. Für die soziale und ökologische Gestaltung unserer Gesellschaft nimmt die Bundesregierung nicht genug Geld in die Hand. Und das ist völlig inakzeptabel. Ich bin Mitte 20, ich bin in vier verschiedenen Ländern aufgewachsen, darunter Russland. Ich hatte nie Angst vor gewaltsamen Konflikten. Die Ängste meiner Eltern, Angst vor Eskalationen während des Kalten Krieges, musste ich nie erleben. Die Ängste meiner Großeltern, das Elend während des Zweiten Weltkriegs, sind mir fremd. Für uns junge Menschen ist der Gedanke an Krieg unvorstellbar, gar absurd. Wir leben seit Jahrzehnten in Frieden und das ist gut so. Das muss so bleiben. Dafür sind wir alle heute hier. Abrüsten statt aufrüsten. Und ich habe zum Schluss einen Spruch unserer Klimademos mitgebracht. Wir sagen immer, wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft raubt. Und wir sind heute hier, weil uns die Bundesregierung den Frieden droht zu rauben. Deshalb möchte ich mit euch sagen, wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns den Frieden raubt. Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns den Frieden raubt. Danke!